Heute werde ich euch meine fünf liebsten Linux Gaming Tools vorstellen. Die starten Spiele, helfen beim Troubleshooting und verwalten Kompatibilitätsschichten wie Proton. Linux Gaming ist am einfachsten mit Steam. 2014 hat Valve den Steam Client auch für Linux rausgebracht und damit das Installieren und Starten von Spielen unter Linux deutlich einfacher gemacht. Das liegt unter anderem an Proton, das ich schon in einem anderen Video genauer vorgestellt habe. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Proton unterstützt mittlerweile tausende von Windows-Spielen, die damit auch unter Linux laufen. Aber zurück zu Steam. Erstmal ist der Installieren-Button bei vielen Spielen ausgegraut. Um Steam Play und damit Proton für alle Spiele freizuschalten, gehe ich einmal in die Einstellungen, wechsle zu Kompatibilität und aktiviere da per Schieberegler die Option Steam Play für alle anderen Titel aktivieren. Jetzt muss ich Steam nochmal neu starten, dann ist der Installieren-Button bei allen Spielen grün und ich kann sie wie gewohnt per Klick herunterladen und dann mit Spielen starten. Das ist natürlich keine Garantie, dass das auch bei allen Spielen funktioniert. Mein Tool Nummer 2 ist der Heroic Games Launcher. Damit kann ich Spiele von Amazon Prime Gaming, Epic Games und GOG.com auch unter Linux installieren und spielen. Epic Games verschenkt schon seit langem regelmäßig Spiele, daher ist meine Bibliothek dort ziemlich umfangreich. Kaufen würde ich da allerdings nichts, weil die grundsätzlich keine nativen Linux-Spiele haben. Anders ist das bei GOG.com. Hier kriege ich nicht nur teilweise Linux-Spiele, ich bekomme sie allesamt ohne Kopierschutz. Mittlerweile verschenkt auch Amazon im Rahmen von Prime viele Spiele und in letzter Zeit sind da häufig Keys für GOG dabei. Schon beachte ich, wenn man sich anschaut, wie viele geschenkte Spiele ich in den letzten Jahren angesammelt habe. Heroic Games Launcher ist ein grafisches Tool, unter der Haube arbeiten andere Open-Source-Tools wie Legendary für den Zugriff auf Epic und Nile für den auf die Amazon-Spiele. In Heroic melde ich mich einfach bei der jeweiligen Plattform an, dann werden die Vorschaubilder meiner Spielebibliothek geladen und ich kann meine Spiele runterladen, aktuell halten und starten. Mit Heroic kann ich sowohl die nativen Linux-Spiele von GOG starten als auch Windows-Spiele aller Plattformen mithilfe von Kompatibilitätsschichten wie Wine und Proton. Im Hintergrund leiden dann Wine oder Proton die Aufrufe der Windows-Spiele an die passenden Stellen im Linux-System weiter. Heroic gibt's außerdem für Windows und macOS, wo es als schlanke Epic Games Launcher-Alternative praktisch ist. Mein Tool Nummer 3 ist Lutris. Lutris ist bei weitem das mächtigste Linux-Tool für Spiele. Ganz besonders gilt das für Retro-Games. Aber auch Spiele von Steam, Epic, Amazon, GOG, itch.io, EA, Ubisoft, Humble Bundle, Flathub und Battle.net kann ich hier einrichten. Für die Spiele-Launcher dieser Plattformen bringt Lutris Integrationen mit, sodass man sich einfach nur anmelden muss. Daneben gibt's einen Haufen sogenannte Starter, also beispielsweise Emulatoren für C64 oder Atari 800. Kaum eine alte Spiele-Konsole, die sich hier nicht emulieren lässt. Und es gibt Wine für Windows-Spiele. Lutris ist also ein Allrounder, der fast alles kann. Die Funktionsvielfalt macht das Tool aber auch ein bisschen unübersichtlich. Um ein Spiel zum Laufen zu kriegen, kann ich hier an unzähligen Schräubchen drehen. Die Community hilft mir dabei und stellt auf Lutris.net fertige Rezepte bereit, mit denen man Spiele gleich mit passenden Einstellungen installieren kann. Und damit sind wir bei Nummer 4, einem kleinen Helferlein. Proton UpQT ist meine erste Wahl, wenn es darum geht, Kompatibilitätsschichten wie Wine oder Proton zu verwalten. Wer schon mal versucht hat, ein zickiges Windows-Spiel unter Linux zum Laufen zu kriegen, weiß, wie praktisch es ist, wenn man schnell verschiedene Proton-Versionen ausprobieren kann. Nicht immer ist die neueste Version auch die beste. Manchmal läuft ein Spiel einfach besser mit einer älteren oder einfach anderen Variante. Proton UpQT verwaltet verschiedene Kompatibilitätsschichten, wobei GE Proton, also die Proton-Variante von Glorious Egg Roll, die wohl interessanteste ist. In Proton UpQT kann ich bequem verschiedene Versionen herunterladen und sie dann in Gaming-Tools wie Steam, Heroic und Lutris verwenden. Proton UpQT zeigt die verfügbaren Versionen und eine Liste der Spiele, die eine Version verwenden. Hier kann man auch direkt einstellen, welche GE Proton-Ausgabe ein Game verwenden soll. In meinem Nerd Girl-Kanal habe ich dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch ebenfalls unten in der Beschreibung. Tool Nummer 5 ist was, das beim Optimieren der Spieleinstellungen hilft und das heißt Mango hat. Das Tool legt ein Performance-Overlay übers Spiel, das auch beim Troubleshooting hilft und ich kann es frei konfigurieren. Da sehe ich dann zum Beispiel, wie viel FPS das System gerade schafft, wie ausgelastet mein Prozessor und meine Grafikkarte sind oder ob eins von beiden gar überhitzt. Wie viel und welche Informationen Mango hat zeigt, das bestimmt eine Konfigurationsdatei. Wer will, kann auch unterschiedliche Konfigurationen für verschiedene Spiele anlegen. Wer ein Steam Deck hat, weiß schon, wie unterschiedlich Mango hat aussehen kann. Das kann zum Beispiel nur ganz klein oben links die FPS zeigen. Einen kleinen Block in der Ecke einblenden mit den wichtigsten Eckdaten oder als schmale Leiste am oberen Bildschirmrand laufen. Wer die Konfiguration im Editor scheut, der kann dafür das grafische Tool G-Overlay benutzen. Und natürlich gibt es noch viele weitere praktische Linux-Tools. Welche benutzt ihr am häufigsten? Schreibt es mir gern unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.